moin leute willkommen zu einem kleinen achtball bull video auf unserem kanal und jahre jammel nicht füllen und dann sag ich einmal fangen wir mal an ich habe extra neu angefangen weil ich das von anfang an sagen und falls ihr euch gerade denkt der ist schon level 2 ich habe auch spiel machen müssen am anfang und da habe ich das aufnahmeprogramm noch nicht bereit gehabt und ja dann habe ich das gespült da ging halt aufgeben noch 10 sekunden oder so und dann habe ich das video schon gestartet als ob der trieft oh das heißt nichts darf nur nicht die eine hunde das ist nur so schlecht wenn er die jetzt hau voll durch jetzt hat er die vollen siehst du ja es geht schon es wird schon es braucht ja heute ist ein langer Rind und weil es euch der kanal folgt abonniert einmal und lasst ein like doch und ja schaut es dir weiter ein video schreibt es vielleicht ein kommentar wie es euch gefällt und schreibt es auch vorschläge welches videos mal noch machen können also welche spiele oder keine ahnung wir schreibt es auch wie man trauen wir haben das schreibt es auch so wie man tram kommen wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben hallo oder oder der wurde ein hässer Das ist ja ernst, ob da ging nur scheiße. Ja, aber wenn er hätt's verlost, dann ist er blöd. Hallo? War da eine Antwort von deinem Gegner? Verlasse bitte nicht das Match. Ja. So. 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 Man sitzt hier an kurzen Karten, dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar. Genau in dem Moment, wo ich das sag, bin wir einfach. Ich glaub, das gibt's nicht. Ich kann jetzt leider nicht spielen. So. 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 mehr als sie geht, und dann habe ich schon wieder kein Schauspiel, und hoff! Alles klar, weil der hier jetzt gewinnen wird. Warum? 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 Und jetzt soll ich's fertigen machen, extra so. Jetzt muss ich's fertigen. So wird das natürlich wieder mal mit. Null. Ja, ja, ja. Ja, aber jetzt ist wieder das Problem, was kann man jetzt? Alles klar, alles klar. Leute, Leute, wir können mal gewinnen, wir können mal gewinnen. Nein, wir haben verloren. Nein, wieso geht die weiße Kugel in? Nein, wir können mal wenigstens einmal einmal Level Opfer. Das ist schon in Ordnung. Das passt schon. Ich kann nicht. Sicher, ja. So, dann bedanke ich mich heute fürs Video. So, ich danke, dass ihr heute zugeschaut habt. Auf die nächsten Videos. Tschau Leute. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.